Hallo und herzlich willkommen zum neuesten Update Nummer 263 schon hier auf meinem YouTube-Kanal. Willkommen in der Brickworld und heute machen wir wieder ein ganz besonderes Video. Denn heute gehen wir nur komplett auf Ideen, Vorschläge, Anregungen aus der Community, aus Kommentaren ein. Und dazu habe ich mir einige herausgepickt, die werden auch eingeblendet werden. Wir werden an vielen verschiedenen Stellen heute was machen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei und freut euch auf das, was heute alles kommen mag. Und gleich zum Start kommen wir zum ersten Kommentar von Bernhard und es geht um den LKW hier. Und er hat im Prinzip die Idee, dass es doch dieses orangen Licht, das sich immer so schön dreht, auf dem LKW sein könnte. Dazu gibt es passenderweise ein Rotating Bit Light von meinem Beleuchtungspartner Illumate Your Bricks und das baue ich jetzt hier ein. Ich habe hier ein bisschen ein Speed Build gemacht. Ist relativ einfach gewesen, es hier einzubauen, weil nicht sehr viel geändert werden muss. Und vor allem glücklicherweise war auch noch ein Port an meinem Verteiler frei. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, den da reinzukriegen, weil es hat einfach nicht geklappt heute. Auf jeden Fall hat es geklappt. Ich habe das Ganze zusammenbauen können. Das heißt, das rotierende Licht werdet ihr gleich sehen. Wir setzen nämlich das Fahrzeug jetzt wieder auf die Straße mit dem System, das ich ja benutze, hier auch von Illumate Your Bricks, dass es eben hier einfach draufgesetzt werden kann und ausgetauscht werden kann. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier so eine Warnleuchte, die sich dreht. Tatsächlich sind es eigentlich vier LEDs, die in einer Reihenschaltung sind und einfach so geschaltet werden, dass das Ganze nach und nach im Kreis dreht. Ich finde es ein nettes, kleines Detail. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Bleiben wir beim Thema Fahrzeuge. Ein Thema, das schon ewig ist. Hier ein Kommentar von vielen, vielen, wahrscheinlich hundert inzwischen. Und zwar geht es beim Bus um die vordere Achse. Die ist zu weit hinten. Ich habe immer wieder gesagt, irgendwann mache ich es, irgendwann mache ich es. Und heute ist der Tag gekommen. Heute mache ich es. Das Speed Build ist relativ kurz, denn ich habe erst im Nachhinein gemerkt, dass ich mit dem ganzen Ding viel zu weit rechts im Bild war. Deshalb seht ihr jetzt hier nur den Anfang. Später hat man gar nichts mehr gesehen. Aber ihr seht jetzt hier das Ergebnis. Ich habe die Achse so weit nach vorne gebaut, wie es geht. Ich hoffe, euch gefällt es. Es ist meiner Meinung nach noch realistischer. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und das ist wieder ein Punkt, der einfach ewig auf meiner To-Do-Liste stand. Und endlich bin ich dazu gekommen. Es hat eigentlich gar nicht so lange gedauert. Aber ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben. Und jetzt ist es endlich gemacht. Kommen wir zum nächsten Thema. Und da kommen wir nämlich hier an den Bahnhof zurück. Und Bibo93 schreibt, es braucht noch Snack-Automaten. Und passend dazu nutze ich ja auch immer wieder diese Aufkleber von Brickpimp. Da gibt es ja diesen Cola-Automat und diesen Süßigkeiten-Automaten. Und daraus kann man nette Sachen bauen mit dem Aufkleber vorne drauf. Das sieht das Ganze so aus. Es sind zwei nette Automaten. Habe ich schon mal ein paar Mal in verschiedenen Bauarten in die Stadt eingebaut. Aber noch nicht in dem Style. Einen habe ich jetzt dahin gemacht. An die Wand. Da ist ein Snack-Automat. An Gleis 1 ist ein nettes, kleines Detail, finde ich. Und der andere Automat ist hier auf den neuen angefangenen Bahnsteig gekommen. Der Cola-Automat steht hier mittendrin. Sieht vielleicht noch ein bisschen komisch aus. Wird aber noch weniger komisch aussehen, wenn dann hier auch mal eine Stütze vom Dach zu sehen ist. Und wir kommen zurück zur Schallschutzwand am Bahnhof. Und der Patrick hat geschrieben, dass doch vielleicht eine rankende Pflanze an der Schallschutzwand ganz nett wäre. Und auch diesen Kommentar nehme ich mir heute zu Herzen und werde genau an dieser Stelle das umsetzen. Erstmal bauen wir ein bisschen was zurück, damit wir hier ein paar Noppen an die Seite bekommen. Damit wir überhaupt irgendwas dran bauen können. Ist relativ einfach. Und jetzt nehmen wir diese großen Pflanzenelemente als Grundlage darauf. Kommen jetzt einfach ganz viele Blätter, um eben unsere rankende Pflanze darzustellen. Ist ja eine Technik, die ich einfach oft benutze, wenn es darum geht, rankende Pflanzen irgendwo anzubringen. Und damit kommt jetzt hier ein grünes bisschen was an die Wand. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ihr seht ja auch hier, wie es aussieht in der Gesamtansicht. Bringt, wie gesagt, ein bisschen Farbe ran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von der Idee und von der Umsetzung haltet. Ich bin auf jeden Fall ganz lang getan davon. Und wir gehen dann gleich fließend über zum nächsten Punkt. Und der Themenpunkt ist Müll. Ist letztens angesprochen worden. Und zwar haben wir zwar sehr, sehr viele Mülleimer hier überall in der Stadt. Ich zeige euch jetzt hier gerade mal ein paar. Aber was ihr auch seht, die sind alle leer. Ich habe einen einzigen Mülleimer gefunden, in dem es nicht eine Banane drin ist. Sonst sind alle leer. Das ändern wir jetzt auch. Und legen einfach ein bisschen Müll rein. Hier einen weißen Stein als Papiermüll im Prinzip, auch hier ein bisschen. Dann haben wir hier irgendeinen orangenen Stein. Einfach auf irgendwelche Verpackungsmüllsachen. Ich habe die meisten Mülleimer jetzt befüllt. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber macht tatsächlich im Gesamteindruck ein bisschen was aus. Und bringt wieder mehr Realismus rein. Auch hier, wir gehen jetzt mal rüber und schwenken hier rüber. Auch hier vorne die Mülleimer haben. Ein bisschen Müll bekommen. Sieht einfach realistischer aus auf jeden Fall. Und auch dort drüben auf dem Gleis. Da ist jetzt auch Müll reingekommen. Auf den anderen Gleisen auch noch ein bisschen. Und wir bleiben tatsächlich auch bei diesem Thema und kommen zum nächsten. Und zwar ist das Thema Überdachung, was auch mehrere geschrieben haben. Überdachungen gehen bei langen Bahnsteigen meistens gar nicht bis zum Ende. Sondern das äußere Ende ist meistens gar nicht mehr überdacht. Und das machen wir heute auch tatsächlich. Wir werden erstmal hier ein bisschen zurückbauen müssen. Weil ich habe ja hier schon mal die Grundlage geschaffen, um hier Pfosten anzubringen für das Dach bis zum Ende. Außerdem nehme ich noch die Bank weg und auch den Mülleimer, weil ich glaube eine Bank unter oder außerhalb eines Daches ist dann doch ein bisschen unpraktisch. Deshalb nehme ich auch die Bank raus. Pflastern das Ganze hier wieder mit den Fliesen richtig ordentlich im richtigen Muster zu. Und auch ganz vorne muss noch dieser 2x2er Plate-Muster raus. Denn auch da kommt natürlich kein Pfosten mehr hin. Wir gehen nur ungefähr bis dahinten, wo ihr jetzt sehen könnt, wo der Automat ist. Der kommt noch unter das Dach. Und dann haben wir hier ein Dach. Das Baumart hatte ich heute noch ein Stückchen. Und zwar mache ich jetzt hier die Pfosten dran. Ihr seht hier noch ein richtiger Pfosten. Beim anderen fehlen mir einige von den Riffelsteinen. Ich habe nämlich tatsächlich keine mehr da. Und deshalb muss ich die jetzt einfach mal so machen, wie ohne Riffel. Ich werde es aber noch austauschen bei Gelegenheit. Dann kommt das hier, habe ich schon mal vorbereitet. Das grundlegende Dachelement, wo dann auch die ganzen Glasstrukturen drankommen. Und ihr seht ja auch, wie weit das Dach gehen wird hier auf dem Bahnsteig. Wie gesagt, es wird den Automaten noch überdachen. Und jetzt kommt hier die leiteren Elemente dran. Die Glaselemente, Glasbausteine sind schon dran. Und das sieht dann genau so aus. Jetzt habe ich die andere Seite auch noch fertig. Und jetzt seht ihr das hier vorne. Der Bahnsteig kein Dach hat. Und ab hier wird ein Dach drauf sein. Jetzt seht ihr einfach mal, wie das aussehen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Haben wir doch tatsächlich doch noch ein bisschen was an dem Bahnhof heute gebaut. War so eigentlich gar nicht geplant. Aber durch die ganzen Kommentare, die kamen, dachte ich, das passt doch ganz gut. Und wir testen das heute einfach mal. Und passt eben, wie gesagt, ganz gut zum Thema. Eure Ideen werden in der Brickward umgesetzt. Und ja, das waren dann im Prinzip auch schon alle Ideen für heute. Es ist ein bisschen was zusammengekommen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an, wie die Stadt jetzt aussieht mit der Beleuchtung. Ist ein bisschen dunkler. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Und ich rede auch noch ein bisschen darüber, was wir noch demnächst machen. Und zwar, ganz großes Thema, Torshütte. Es ist passiert, es ist passiert. Ich habe die letzten Steine bestellt. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, ich habe 21 Steine für 60 Euro bestellt. Das sind, ja, Holzplanken. Einmal Vierer mit halt eben Holzplankenbedruckung. Und hier, ja, hier wird Torshütte entstehen in den nächsten Wochen. Ich nehme an, dass die Steine bis nächste Woche da sind. Und dann werden wir zwei Updates nutzen, um Torshütte zu bauen. Und einmal das Ganze außen, dann innen drin mit Beleuchtung. Und auch das Set endlich einbauen, damit hier vorne endlich mal das Thema fertig wird. Wie gesagt, alle Steine sind jetzt bestellt. Es sind, es ist ein teures Projekt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind jenseits der 200 Euro für diese Hütte. Ähm, ja, ich werde es nicht erwähnen. Ansonsten werden wir auch hier endlich demnächst weiterbauen. Hier wird oben auch ein Dachgeschoss weitergebaut, damit hier das Gebäude von außen fertig wird. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank für euer Zuschauen heute, alle eure Ideen. Und ich sage, bis zum nächsten Mal und Tschüss. 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 Tschüss.